Ja, das ist jetzt ein Point. Was bedeutet das? Wo bekommt man den? Ein Point bedeutet eine Stunde Zeit. Eine Stunde Zeit zwischen ganz jungen und sehr alten Menschen. Und wo gibt es diese Points? Diese Points gibt es, wenn man Zeit verbringen möchte in Grazer Seniorenheimen. Ein Point ist eine Stunde. Wenn du mehr Zeit hast und mehr Zeit verbringen möchtest, kannst du auch zwei Stunden im Seniorenheim verbringen und zwei Points bekommen. Diese Points sind bei den Partnerfirmen wahres Geld. Du bekommst diese Points in deinen Punktepass gepickt und du kannst die sofort einstecken, bist mit denen unterwegs. Du brauchst nirgendwo Fragen, sondern du hast letztlich wahres Geld in der Tasche. Wenn du Lust hast, Kino zu gehen oder ein Buch zu kaufen, dann schaust du einfach auf die Anzahl deiner Points, reißt die Anzahl der Points, die du brauchst, herunter, legst sie vor wie Geld und damit kannst du dir alle diese Dinge leisten. Es gibt ja den alten Spruch, Zeit ist Geld. Und bei Points for Action ist deine Zeit wirklich auch etwas wert. Anmelden kannst du dich das ganze Jahr über. Auf der Website Points for Action findest du die ganzen Informationen. Aber weil es so viele Jugendliche sind und das kaum mehr zu bewältigen ist, gibt es jedes Jahr jetzt vor den Sommerferien ein großes Treffen, wo meist zwischen 100 und 150 Jugendliche auf einmal alles über Points for Action erfahren können, Fragen stellen können, Leute aus Einrichtungen kennenlernen können und einfach sich live überlegen können, ob das für sie was wäre. Gleichzeitig ist der Vorteil, mit anderen Jugendlichen zu diskutieren und wenn man möchte, sich auch anzumelden. Es gibt dort eine Fotostation, man kann sich digital anmelden und bekommt dann in ein paar Tagen sein Startpaket. Bei Points for Action bist du völlig frei. Du kannst dich melden, wenn du Lust hast. Du bekommst ein Startpaket mit einem Ausweis, einem Infobass und Punktepässen. Es ist ja nicht so, dass man mit alten Menschen oder älteren Menschen keinen Spaß haben kann. Es ist ja noch immer sehr viel möglich und sehr viel... Also... Und ich freue mich darauf, wieder neue Leute kennenzulernen und in neue Bekannten zu sehen. Warst du schon einmal neugierig darauf, was am Ende deines Lebens passieren kann? Warst du schon einmal neugierig, wie es sich anfühlt, einmal ganz alt zu sein? Hast du schon einmal Lust gehabt oder hast Großeltern oder Urgroßeltern, wo du direkt in Kontakt kommen kannst mit Menschen, die schon ein ganzes Leben hinter sich haben? Bei Points for Action kannst du diese Erfahrungen machen. Jeder Mensch, sei er jung oder alt, braucht Kontakt und Nähe. Jeder Mensch braucht Freunde. Wenn man heute zum Beispiel 90 plus ist, ist der persönliche Kreis sehr eingeschränkt. Die Jugendlichen sind Kontaktweltmeister. Alle Jugendlichen haben Freunde, treten zu viert, zu fünft, zu acht auf. Und wenn jemand Lust hat, diese Freundschaft auf Seniorinnen in den Grazer Seniorenheimen zu erweitern, dann ist er herzlich eingeladen. Die Zinnresidenz ist ja von Beginn an ein Partner von Points for Action. Wir haben ganz, ganz viele Jugendliche schon in unserem Haus gehabt. Der Mehrwert von Jugendlichen im Haus ist ein ganz wichtiger und großer. Die Bewohner hier im Haus haben sehr gern, wenn die jungen Leute kommen, weil ich bin im Großmutteralter und weil die Großmütter vertragen sich besser als die Mütter. Wenn ich im Seniorenheim bin, dann verbringe ich eben die Zeit damit, dass ich mit den Leuten eben rede. Die erzählen auch dann ziemlich viel über die Vergangenheit von ihnen, also viele Geschichten und sowas. Erzählen sie ja, was ziemlich cool ist, zum Beispiel mit einer Frau, mit einer Dame, sehr gut verstanden damals, die jetzt aber leider schon verstorben ist. Und mit der habe ich ziemlich viel über ihr ganzes Leben geredet, die hat man auch über die Jugend und auch über all die ganzen Sachen, was so damals passiert sind, erzählt. Also für uns ist es auch schön, wenn junge Leute reinkommen, gell? Und ja, es ist interessant für alle. Ich finde, etwas schwierig ist es, glaube ich, für die Jugendlichen, weil so viele Menschen dement sind. Und das ist manchmal ganz schwer, das einzusehen oder zu verstehen. Zu verstehen, das ist sowieso nicht. Aber, wie soll ich sagen? Jedenfalls finde ich, ist das eine tolle Idee mit dem Points for Action. Wie auch die Zivildieren, das ist etwas Wunderbares. Also, wenn jemand über die heutige Jugend keift, ich gehöre nicht zu denen. Ich habe die alle sehr gern. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch, der findet es richtig cool, so eben neue Sachen zu erfahren. Und es ist ja eigentlich eine schöne Zeit. Zum Beispiel fand ich das mal nett. Da kam ein junger Mann, der schon sein Studium fast beendet hat. Und er war vor zehn Jahren hier, Points for Action. Und dann hat er noch lange die alte Dame besucht. Leider ist das ja eben der Nachteil in einem Pflegeheim, dass die Leute eher sterben. Das ist, ja, sonst gibt es ja keine Fluktuation. Aber ich habe ein gutes Gefühl dabei, weil sie haben auch keine Berührungsängste. Was mich immer wieder verblüfft, weil wir hatten als Kinder, ich kannte überhaupt keine alten Leute, glaube ich. Eine Großmutter, aber die war nicht besonders lieb. Aber hier mit den Points for Action, das ist schön. Und die Kinder, sage ich, die Jugendlichen, die erzählen uns auch von zu Hause und so. Es ist schön, Bekanntschaften zu machen. Und wie gesagt, wenn jemand nach ein paar Jahren wiederkommt, oder am Anfang kommen sie sowieso öfter, und dann hat man so viel zu tun, wenn man jugendlich ist und muss schauen, dass man alles abhackelt, was einem so zusteht. Und wir sitzen nur herum und machen nichts. Sind froh, wenn jemand kommt, das ist schon wahr. Und jetzt, wenn es so schön ist, wir haben einen Garten, dann können sie uns auch ein bisschen herumfahren. Die Natur ist einfach auch ganz wichtig, alle Jahreszeiten miterleben zu können. Denn in der Natur alle Sinne zu aktivieren, braucht es manchmal gar nicht so viel für ältere Herrschaften, wenn man ihnen einfach die Natur wiedergibt und einfach Dinge aus dem Leben zeigt. Viele Jugendliche haben oft keine Großeltern mehr und möchten einfach ihre Gefühle ein bisschen zum Ausdruck bringen, auch ein bisschen was wissen aus der Vergangenheit. Umgekehrt gibt es natürlich viele ältere Herrschaften bei uns, die keine Enkelkinder haben oder die Enkelkinder ganz weit weg wohnen, irgendwo in Amerika oder so, und einfach trotzdem den Wunsch haben, ein bisschen was von ihrer Vergangenheit zu erzählen. Oft ist es auch nur das Gefühl, zu spazieren zu gehen, irgendein Spiel gemeinsam zu spielen. Das sind einfach so wunderbare Begegnungen. Und wir haben aus diesen Points for Action ergibt sich manchmal auch der Zivildienst heraus, also das sind oft längere bestehende Beziehungen, die sich daraus ergeben können. Das ist eine ganz, ganz eine wunderbare Einrichtung. Tiere sind ein ganz wichtiger Punkt in unserem Haus. Hunde, Vogeln, Meerschweinchen, Katzen waren schon da. Die Jugendlichen werden auch vorbereitet darauf, was sie erwarten können. Also das ist gerade speziell, wenn jemand an Demenz erkrankt ist, wie gehe ich um mit dieser Krankheit, wie gehe ich um mit den Patienten, mit den Bewohnern, was erwartet mich da. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht einfach den Jugendlichen nur hinsetzt und sagt, so jetzt spielst, sondern einfach auch wirklich erklärt, was kann da passieren. Der Speisesaal ist auch so ein wichtiger Treffpunkt für unsere Bewohner. Auch ein Platz, ein Ort, wo wir Veranstaltungen haben, Konzerte haben. Also ich denke mir, zehn Jahre, dass so ein Projekt zehn Jahre besteht, spricht ja schon für sich. Wir sind hier im Pflegezentrum Senikura, Petrosecker Straße 9. Es gibt drei Aufenthaltsbereiche in diesem Haus und es gibt einen sehr netten Innenhof und einen Garten. Im Rahmen der Animation machen wir auch immer wieder Tischdekorationen und ich habe heute Jasmin mitgebracht, die wunderschöne Sommerblüte ins Haus gebracht und die Points-for-Action-Jugendlichen haben da mitgeholfen. Wir haben Tischdekorationen gemacht, das wird dann im ganzen Haus verteilt und die Leute freuen sich, wenn sie auch etwas in die Zimmer bekommen. Der Vorteil ist, dass einfach junge Leute ins Haus kommen. Das ist der große Vorteil, weil die eigenen Kinder und Enkelkinder oft weit weg sind und nicht so regelmäßig zur Verfügung stehen und das Points-Projekt ist deswegen so toll, weil die jungen Leute ins Haus kommen und für die jungen Leute ist es glaube ich so eine kleine Hemmschwelle, die sie da überschreiten, wenn sie da hergehen und einmal so viele alte Menschen hier sehen, aber sie finden eigentlich schnell Vertrauen zueinander und die alten Leute sind sehr aufgeschlossen und sehr dankbar. Das ist wirklich wunderbar. Das war das Deutschprojekt, das hier gestartet wurde in dem Haus in Zusammenarbeit mit zwei ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, eine Deutschprofessorin und eine Frau Doktor und das ist wöchentlich, zweimal hat das stattgefunden hier im Haus. Die Burschen sind gekommen, haben Deutschunterricht bekommen und haben dann als Points-for-Action-Jugendliche hier im Haus mitgeholfen. Das erste Mal, unser Kollege hat schon hier gearbeitet und er hat gesagt, wenn ihr Zeit habt, kann mit mir gehen und dann gibt es ein altes Heim und wir können dort arbeiten und wir verdienen auch Points und wir helfen den alten Menschen. Helfen ist ein Helfen. Wir haben gedacht, das ist eine gute Idee, dass wir hier kommen. Es gibt zwei Pflegeheime in Sienenkura, Maria-Gasse es gibt auch und wir haben dort auch gegangen. Wenn du vielleicht jemanden helft, du fühlst einfach cool oder so. Wie machen die Leute spazieren gegangen? Zum Beispiel und Supermarkt einkaufen. Das ist eine fremde Sprache bei uns. Das ist auch ganz gut. Ich verbringe meine Freizeit und ich finde, das habe ich etwas gemacht. Zum Beispiel, wenn du arbeitest, du willst, dass du deine Arbeit machst. Wenn ich mache das, ich denke, das habe ich etwas gut gemacht. Und dann später ich kriege auch Points und ich finde auch das gut. Also, ihr kriegt jetzt Points dafür, dass ihr da gewesen seid. Jetzt gehen wir da in das Büro hin und dann machen wir das. Du kriegst drei, dann auch drei. Okay? Eins, zwei, drei und ein Kleben gleich, damit er nicht verloren geht. Das ist vernünftig. Wegen dem Bezahlen dann. Bitte sehr. Wunderbar. Mein Name ist Maria Bossert und ich bin eigentlich seit jetzt fast 17 Jahren Animateurin hier in der Senikura. und vor zehn Jahren ungefähr habe ich den Herrn Magister Gmeiner getroffen. Wir haben uns getroffen und seit dieser Zeit begleite ich dieses Projekt Points for Action und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, für diese vielen Begegnungen, die in dieser Zeit möglich waren und für diese wirklich tolle Zusammenarbeit mit den Jugendlichen. Für diese Inputs, die von den Jugendlichen gekommen sind und für diese lange Begleitung. Und ein schönes Erlebnis gibt es da. Eines Tages kommt ein circa 20-jähriges junge Frau auf mich zu und sagt, Frau Bossert, kennen Sie mich noch? Ich sage, nein, eigentlich nicht. Sie sagt, wissen Sie, ich war ja bei Ihnen bei uns für Action Jugendliche und jetzt ist sie fertige Pflegehelferin. Da habe ich mich sehr gefreut darüber, eigentlich. Im Jahr sind in diesem Haus circa 30 neue Jugendliche, die neu dazukommen, die anfangen, die sich vorstellen, die beginnen und das Ganze startet eben mit diesem Aktionstag, der in Graz stattfindet, wo die neuen Jugendlichen kommen und dann ist der Sommer, die Ferien sind da und die Jugendlichen kommen und ich habe ganz, ganz große Listen, wo ich sie mir aufschreibe und ich helfe ihnen und sie begleiten uns und sind dann einfach ein großer Teil, einfach verbringen sie ihre Freizeit hier in diesem Haus. Und das ist ganz toll, weil das auch für die Mitarbeiter eine ganz feine Sache ist, wenn so viel Jugend im Haus ist, ist es einfach total schön. Das ist für mich eine Form des gelebten Miteinanders, wo die Kluft nicht so groß ist, dass Jugendliche da sind und mit den alten Leuten sich unterhalten können und wo sie zusammenkommen können. Das ist einfach diese Plattform, wo die jungen Leute mit den alten Leuten zusammenkommen können. Das ist einfach wunderschön. Ich bin sehr dankbar für dieses Projekt. Eine super, super Idee. Wir sind hier in der Kreativwerkstätte, die Algesdorfer Straße. Das ist ein Arbeitsort für körperbehinderte Menschen. Wir arbeiten mit den unterschiedlichsten Materialien. Hier sieht man zum Beispiel die Tonfiguren. Also wir arbeiten sehr viel mit Keramik. Es ist eine vielfältige Geschichte für die Jugendlichen und für uns auch. Es ist für uns eine große Hilfe. Und was für mich auch vordergründig ist, ist, dass die körperbehinderten Menschen, egal ob sie jung oder alt sind, mit den jungen Menschen zusammenkommen. Dass man einfach gemeinsame Sachen macht. Dass die Hemmschwelle auch bei den Jugendlichen vielleicht ein bisschen niedriger wird. Menschen im Rollstuhl sind auch nur Menschen. Und ja, dass man einfach ein schönes Miteinander machen kann. Das ist mir persönlich wichtig. Die Jugendlichen haben hier die Möglichkeit, in der Kreativwerkstätte mitzuarbeiten. Ganz egal, was sie können oder zu was sie Lust haben. Ich frage dann meistens immer die Jugendlichen, wo sie sie gerne einbringen möchten. Unsere großen Highlights sind eh der Keramikbereich und der Holzbereich. Im Keramikbereich können die Jugendlichen entweder nach Anleitung etwas töpfern oder es fällt ihnen selber irgendwas ein. Wir machen unterschiedlichste Dinge. Also da oben sieht man die ganzen Gartenfiguren schon. Da können sie mir mithelfen beim Töpfern. Es werden die einzelnen Teile zugeschnitten mit elektrischen Sägen zum Beispiel auch. Da können die Jugendlichen auch mithelfen. Die sind da recht geschickt. Wir haben da zum Beispiel einen Urturm gemacht. Das ist ein Hummelhaus, ein Hummelniestkasten. Wir haben hier auch noch den Nähbereich. Ich habe da ein bisschen was hergerichtet. Da haben die Mädels von Points eben aus alten Kleidungsstücken etwas recycelt. und so entstehen wieder neue Kleidungsstücke, die die Jugendlichen dann auch mitnehmen können oder wir verkaufen sie dann bei einer Ausstellung. Da können die Jugendlichen auch helfen. Sie können dann auch ihre eigenen Sachen klassieren. Das kommt dann noch einmal in den Ofen hinein, wird noch einmal gebrannt bei über 1000 Grad und dann sind die Keramiken fertiggestellt. Die Jugendlichen sind dabei wirklich eine ganz große Hilfe. Zwar habe ich nicht wirklich meine Points bei anderen Sachen eingelöst und habe mir gedacht, es wäre irgendwie voll cool, wenn ich mir etwas damit kaufen kann, was mich wirklich weiterbringt, was mich wirklich glücklich macht. und ich habe mir irgendwie schon seit lange mein richtig cooles Fahrrad gewünscht und habe mir gedacht, es wäre irgendwie super, wenn man das irgendwie so verknüpfen könnte und habe dem Cornell eigentlich gleich eine E-Mail geschrieben, ob das irgendwie möglich wäre. Und das war super von RmR, ist gleich auf mich eingegangen. Ein Drittel des Wertes habe ich mit den Punkten bezahlt, die anderen zwei Drittel also mit Geld. Es waren die ersten paar Treffen etwas schwieriger. Es gibt Leute, die etwas die Zeit brauchen, wie sie sich öffnen, aber das ist einfach von Menschen zu Menschen anders und man sollte nicht aufgeben, man sollte es weiter versuchen und man sollte sich einfach Zeit lassen und aber auch das gern machen, also nicht gezwungenermaßen das machen, weil das bringt sich dann meistens nichts. Also ich konnte wirklich sehr, sehr viel mitnehmen, vor allem das Gefühl für Menschen einfach und auch für ältere Menschen und das hat mich schon ziemlich geprägt. Man hat ja doch als jugendlicher Vorurteile den Älteren gegenüber und dann war das einfach sozusagen weg, diese Vorurteile. Man hat den älteren Menschen dann auf der Straße ganz anders gesehen. Man hat auch, also ich habe im Altersheim auch verschiedene Geschichten gehört von älteren Menschen, dass sie alle so durchgestanden haben und das prägt dann schon irgendwie für das weitere Leben einfach umzudenken, wenn man so jemanden sieht. Zum Beispiel war ich einmal in der Situation, dass eine Seniorin so gern die Beeren gegessen hat, die im Altersheim aber nicht mehr gewachsen sind, bei mir daheim aber schon noch zu dieser Zeit. Dann habe ich einfach einmal eine Tatsal gepflückt und mitgebracht und diese Freude, was dann zurückkommt, das ist einfach was, was man sonst nur sehr selten hat und vor allem oft nicht so intensiv spürt. Im Infopass findest du alle Partnerfirmen. Du bist ein ganz normaler Kunde. Wie jeder andere, der mit Geld bezahlt, so bist du ein normaler Kunde, nur der einzige Unterschied ist, du bezahlst mit den Points. Du bezahlst in der Weise, dass du deine Points aus deinem Punktepass herauslöst, du kannst sie abreißen oder herausschneiden und du gibst deine Points genauso her wie andere das Geld. Wie kann das funktionieren? Hast du dir das schon einmal gedacht? Es ist ganz einfach, die Firmen nehmen die Points genauso wie Geld in ihre Kassa, nur der Unterschied ist, dass dann jemand von der Stadt Graz kommt, die Punkte zählt, einsammelt und den Firmen einen vereinbarten Betrag zurückzahlt. Das heißt, denk dran, wenn du die Points vorlegst, bekommen die Firmen dafür bares Geld. Ein Jugendlicher hat mir vor Jahren einmal geschrieben, das war glaube ich schon im zweiten Jahr von Points for Action, ein E-Mail, da hat er geschrieben, ja, Herr Gmeiner, das ist ja eine gute Idee, aber warum führen Sie es nicht weltweit ein? Ja, Points for Action ist eine Erfolgsgeschichte und so wie ich hier sitze, kann ich das mit ruhigem Gewissen sagen. Points for Action startete vor zehn Jahren mit knapp 100 Jugendlichen. Mittlerweile muss man sagen, sind es knapp 2000 Jugendliche, die an die 40.000 Stunden in den Einrichtungen der Grazer Altenversorgung und Pflege verbracht haben und besitzt dadurch das Recht, sich auch als Zeitmaschine zwischen Jung und Alt zu definieren. Points for Action als Erfolgsmodell, als Zeitmaschine zwischen Jung und Alt wird so lange weitergehen, solange Jung und Alt daran Spaß haben, sich erfreuen und auch im Herzen diese Idee von Points for Action weitertragen. Und man kann sagen, von Generation zu Generation und auch von Jugendgeneration zu Jugendgeneration. undokassion. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die Frage ist, was ist 2026? Die Frage ist, was ist 2026? Die Frage ist, was ist 2026? Die Frage ist, was ist 2026?